Vier Verletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 Friseuter Straße bei Petersfeld in der Gemeinde Garel am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr gefordert. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 77 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters aus Herford die Bundesstraße in Richtung Friseute und wollte dann links in die Straße zum Strand Richtung Thülsfelder Talsperre abbiegen. Der 21-jährige Fahrer eines VW Golf Variant, der zwei Wagen hinter dem Bulli fuhr, setzte zur gleichen Zeit zum Überholen an. Er erkannte das Abbiegmanöver zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Golf krachte in die Seite des Bullis. Der 77-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gefahren. Im VW Golf wurde der großen Kneter ebenfalls leicht verletzt sowie eine 22-jährige alte Beifahrerin aus Basel. Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zog sich im Golf eine 18-Jährige aus Kloppenburg zu. Die 18-Jährige wurde in dem Wagen eingeklemmt. Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes orderte deshalb die Freiwillige Feuerwehr Garrel nach, die die junge Frau schließlich aus dem Wagen befreite. Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten teilweise gesperrt werden.